Hallo, mein Name ist Thomas, ich bin seit mehreren Jahren Rheumatologe und in diesem Video werde ich Ihnen sagen, ob Traugel wirklich funktioniert und ob es sich lohnt, es zu kaufen. Bleiben Sie also bis zum Ende dieses Videos, denn ich werde Ihnen alles sagen, was Sie über dieses Gel wissen müssen, das Gelenkschmerzen in nur 10 Minuten stoppt. Traugel ist ein schmerzlinderndes Gel auf der Basis natürlicher Inhaltsstoffe mit einer speziellen Formel, das die Beweglichkeit Ihrer Gelenke in nur 14 Tagen wiederherstellt. Die Bestandteile des Gels dringen tief in das Gewebe ein und lassen es buchstäblich zusammenwachsen, indem sie es stärken und seine Elastizität wiederherstellen. Es kann von allen Menschen mit Arthritis, Gicht, Arthrose und anderen Erkrankungen des Bewegungsapparats verwendet werden. Das Medikament ist natürlich und von guter Qualität und verursacht keine Nebenwirkungen. Jeden Monat sehe ich hunderte von Patienten in meiner Praxis. Der Hauptgrund, warum 90% der Patienten in meine Praxis kommen, ist immer derselbe, unerträgliche Schmerzen in den Gelenken und Muskeln, die sie daran hindern, auch nur die einfachsten alltäglichen Bewegungen auszuführen, was zu großer Frustration führt. Mit all diesen Symptomen zu leben ist sehr gefährlich, denn es ist sehr häufig, dass sich daraus eine ernsthafte chronische Krankheit entwickelt und irreversible Schäden auftreten, wie zum Beispiel der Verlust der Bewegungsfähigkeit für den Rest des Lebens. Daher ist es äußerst wichtig, rechtzeitig mit der Behandlung zu beginnen. Auf der Grundlage dieser Daten empfehle ich meinen Patienten Traugl, da es als das Mittel Nummer 1 gegen die Ursache von Gelenkentzündungen gilt. Sie verbessert die Beweglichkeit der Gelenke, hilft, Schwellungen zu reduzieren, stärkt die Gelenke und Gefäße und stellt in 99% der Fälle geschädigtes Gelenkgewebe wieder her. Durch die Anwendung von Traugl kehrt die Beweglichkeit der Gliedmaßen schnell zurück und Sie bemerken bald eine Verbesserung Ihres Wohlbefindens. Sie können wieder tanzen, Sport treiben, mit Ihren Enkelkindern spielen und haben wieder Lebensqualität. Aber seien Sie sehr vorsichtig. Nur die Original Traugl kann all diese Vorteile bieten. Die hohe Nachfrage nach diesem Produkt hat dazu geführt, dass viele Fälschungen aufgetaucht sind. Es gibt nur eine offizielle Stelle, an der Traugl verkauft wird, nämlich die offizielle Website. Um Ihnen zu helfen, habe ich in der Beschreibung dieses Videos den Link zu der offiziellen Website mit dem Rabatt angegeben. Auf diese Weise können Sie sicher sein, dass Sie das Originalprodukt erhalten. Klicken Sie einfach auf den Link und Sie werden auf die offizielle Website des Herstellers weitergeleitet, damit Sie Ihre Bestellung aufgeben können. Sie brauchen nur das Formular mit Ihrem Namen und Ihrer richtigen Telefonnummer auszufüllen und auf den Anruf eines Vertreters zu warten, der mit Ihnen zusammen entscheidet, wie viel Sie bestellen sollen. Wenn Sie den Anruf nicht entgegennehmen, wird die Bestellung nicht aufgegeben und Sie stehen ohne das Produkt da. Wenn der Vertreter anruft, nehmen Sie den Anruf also bitte entgegen. Das Produkt wird innerhalb weniger Tage bei Ihnen zu Hause eintreffen und Sie zahlen erst, wenn Sie es erhalten. Traugl bietet Ihnen eine 365-Tage-Garantie. Wenn Sie aus irgendeinem Grund mit den Ergebnissen nicht zufrieden sind oder das Produkt bei Ihnen nicht wirkt, können Sie Ihr Geld ohne Risiko zurückfordern. Inzwischen ist die Nachfrage nach Traugl in den letzten Tagen gestiegen. Die Kunden geben in rasantem Tempo neue Bestellungen auf, nachdem sie bereits in den ersten Wochen eine Veränderung feststellen konnten. Es spricht sich herum, dass es endlich eine Möglichkeit gibt, Gelenkschmerzen zu minimieren und ein erfülltes Leben zu führen. Sie müssen also schnell handeln, um es zu kaufen, bevor der Vorrat aufgebraucht ist. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und hoffe sehr, dass dieses Video Ihnen geholfen hat. Ich wünsche Ihnen eine gute Behandlung und dass Sie mit Traugl außergewöhnliche Ergebnisse erzielen, so wie viele Patienten, die dieses Produkt verwenden. Prost und bis zum nächsten Mal!